Ja, dann habe ich mir einfach ein Ticket gekauft und ja, los ging. Ich bin gerade in Kolumbien. Ich liebe die Sprache, die Leute, das Essen. Und es ist einfach so ein geiles Gefühl, wenn du in eine neue Stadt kommst und niemand kennt dich. Du musst einfach connecten und so lernst du halt viel mehr Leute kennen. Ja, ich könnte nicht ohne das Tanzen leben. Ich liebe es, Kurios zu machen, Videos und es ist einfach mein Ventil. Der letzte Moment mit der Danze, was denke ich, wäre eine Show. Ich habe mich sehr inspiriert, weil ich das in Deutschland auch in Englisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch. Nee, that's it. Also Schauspiel ist einfach nochmal ein anderes Level. Du denkst dir auch, okay, es ist okay, was ich erlebt habe in meinem Leben, auch wenn es scheiße war, egal ob es positiv oder negativ war. Aber es ist alles wertvoll. Alles, was du erlebt hast, ist wertvoll und du kannst es sogar benutzen, um etwas Krasses daraus zu kreieren. Okay, es ist immeriles Lied. Untertitelung des ZDF, 2020